Herzlich Willkommen zu einem Video. Heute testet ich die Smoke Grenade in grün mit Reißzündung. Ich habe gedacht, das ist eigentlich gedacht für Painpol, aber sogar tue ich mich trotzdem mal. Da gab es bei uns auf dem Feuermarkt und habe gerade neben Stefan mit. Ja, die funktioniert mit Reißzündung. Hier ist auch die Bedienungsanleitung. Guck mal unten, wie die steht. Ah hier, 50 Gramm MDM und dann bis gleich zum Test. Herzlich Willkommen, jetzt testen wir die Smoke Grenade in grün. Auf jeden Fall gute Rauchentwicklung. Tut ganz schön lange durch das Ziehen. Guck mal unten vorher, es war natürlich immer kein Scheuerbach. Ich weiß nicht. Jetzt ist es vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann tüß, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.